Was ist denn da? Also... Drehgeld vorhanden. Das Ziel ist... Vermutlich hier. Aber es macht am meisten Sinn, weil das so auf unserem Weg liegt. Leid. Und wir den Helden etwas aktivieren können. Und... Jump. Helfens Abenteuer. Und... Wo... Von der anderen... Bis einmal... und die bekannte Welt. Da ist das Gasthaus dorthin. Und so ein Club auf dem Pfad. Ich bin nicht nervös. Snack, mit der Pizza. Das hier in Reise. 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 Das war's für heute. Oh, oh, oh. Was ist das? Ah, aber, uh, ich kann mir nur den Stinklisch abgeben. was 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 well further in to it ok i now we start i Es ist zu rechts wie ein süßes Viecher, aber da ist es falsch. Es ist ein Süßes Viecher, aber es ist nicht so, dass es die Flasen gibt. Das war's für heute. 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 Starbomb! Das war's für heute. 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 Oah... Ähm ... Zumal es funktioniert... Ich hatte auch 2 Punkte Über die Dächer Also sind es geblieben Wir können hier die Strasse in die Strasse Die haben ihre Katze zu killen Also warum sage ich das Fertig, dass du nicht in der Kopf küsst Die hast du nicht Verkleid Fertig Ich bin nicht der Fertig Ah, das ist alles so schief Ad Astra Abysask Welcome to the Adventur Ah, das haben wir noch Level 2 gut gemacht Ad Astra Abysask Briefe aber gerne natürlich Ad Astra Abysask Welcome to the Adventurist Hm ... ... ... Oh my god. Ad Astra Abyssosk Ad Astra Abyssosk Sie ist echt geclowned Ah, dann wird das Ich da Zeit geswitscht habe Dann wird auch nach Serben Zeit gehen oder so Oh, das wird dann weit gehen Und das Route ist vielleicht auch noch etwas, wo man dann sogar eine Neigung entfernen kann oder so Aber hier, das werden die neuen Missionen sein Ja Und Bei der Mission kann man auch verlangen, dass sie dann von einer Stadt ist, die man will Aber das kommt auch nicht als Nein In der Fah In Prinzip Beliebungen hin und her Wobei ich denke jetzt Die Reise auf uns genommen haben Weil Die Aufgabe macht es mehr Sinn, dass wir in der Nähe von Lio In diesem Bereich In diesem Bereich eigentlich meine Missionen verlangen also von der Mondstadt Oder Ich meine so Es macht mehr Sinn Oder es macht eine Art so etwas wie Sinn, dass wir das als Fortschritt anschauen, hierher zu kommen und uns darum eigentlich da niederlernen auf eine Art, dass wir uns mehr hier Ah, sorry Dann muss ich mal Katrin Hauen Ah nein, du hast es nicht hier drin sondern So Genau Aber zum Tisch können wir es jetzt einmal so machen Warum nicht Wir können das Werk drüben die ganze alte Porta aber Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Hup. Thank you. Cool it. Dodge this. Cool it. What's the hurt? Cool it! What's the... Freeze! Komm, ich bin halt nur glücklich, was das ist. Ich habe nur ein Spitz. Das ist das ... Oh, so sorry. Freeze! What's the film? Cool it! This one will be frozen in time. Freeze! Dodge this! Cool it! Shade! Starbombs! Freeze! I'm so sorry. What's the hurry? Dodge this! I'm going to get a light move on than the other one last time with the fatter boss. mit dem Zauber an einem Antipus und auf einem Tisch will eine Sonne So, zur nächsten Daily Mission So, zur nächsten Mal So, zur nächsten Mal So, zur nächsten Mal Das ist die So So, das ist die So Da geht es auch nach Orten Also nach Gebiet In dem Fall ist die Farbe von dem auch Ich meine die Farbe von der Statue vom Charakter der davor steht Abhängig Sie hat vorhin Violet gewirkt Und ich habe gemeint dass ich die Violet Kraft auf sie bekommen würde Also Elektronik oder Elektro Plasma Schock Was ist das für die Farbe? Ja 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 Ähm Ok Interessant Ja Ach Ja Ja 4.20 20 Megabit pro Sekunde gerade Bitrate auf dem Video und es wäre auch noch krass, dass so viele Teufel verzehren mit dem Video Versuchen wir gleich unseren Abgrundmagier zu besiegen. Obwohl wir es nicht auf dem Rückweg machen. Das kleine Stachelschwein. Was ist das? Ich hab das nicht mehr gemacht. Ich hoffe, ich habe einen Manage gemacht. Cool it! Freeze! Come a little closer. Try not to enjoy this too much. Don't be such a brute! You're in... Dodge this! This one will be frozen in time. Freeze! Ha, all this with the arm cracks at the temple. Okay. Jetzt kommt er auf einen Falleck-Holster-Holster-Holster. Okay. Okay. Oh. Oh. also das macht man doch einmal geschwind also machen wir doch gut oh nein jetzt gehen wir schnell zur Arbeit zur Abenteuer in Mundstadt wohl egal ob nicht wir hätten jetzt auch über die Bundeswelt zurück zu der anderen Stadt können aber Mundstadt ist halt der Scheiss hier zum Aussprechen Ad Astra Abyssosk danke für die Kommission Ad Astra Abyssosk okay okay Ad Astra Abyssosk okay ich werde Was soll ich wählen? Was ist das? What's the hurry? What's the hurry? What's the hurry? Bis zum nächsten Mal.